Eindimensionale Gitterfehler In diesem Film lernen Sie eindimensionale Gitterfehler kennen, wie diese entstehen und welchen Einfluss sie auf den Werkstoff haben. Eindimensionale Gitterfehler werden in der Literatur auch oft als Linienfehler, Versetzungsfehler oder ganz einfach als Versetzungen bezeichnet. Versetzungen sind linienförmige Aneinanderreihungen von Punktfehlern. Sie unterscheiden sich in zwei von Bewegungsrichtung abhängige Grenzfälle. Stufenversetzung und Schraubenversetzung Stufenversetzung Eine Stufenversetzung kann vereinfacht wie eine zusätzlich in das Gitter eingeschobene Halbebene verstanden werden, wodurch eine Scherspannung zwischen den Netzebenen entsteht. Wenn von einem normalen Atomabstand von N ausgegangen wird, muss zwischen einer positiven und einer negativen Versetzung unterschieden werden. Zunächst sehen wir eine negative Versetzung. Im unteren Bereich ist ein normaler Atomabstand N vorhanden, im oberen Bereich haben wir den Atomabstand N-1. Im zweiten Fall haben wir nun eine positive Versetzung. Im unteren Bereich ist ein normaler Atomabstand N vorhanden, im oberen Bereich ein Abstand von N plus 1. Hierdurch entsteht im oberen Bereich eine Scherspannung nach rechts und im unteren Bereich eine Scherspannung nach links. Wenn wir den zweiten Fall betrachten, sehen wir, dass die geringe, jedoch anhaltende Scherspannung die eingeschobene Halbebene nach rechts versetzt, bis dadurch eine Gleitstufe entstanden ist. Die Größe der Gleitstufe wird durch die Länge des sogenannten Burgers-Vektors B bestimmt. Der Burgers-Vektor gibt die Richtung und die Verschiebung einer Versetzung an. Bei einer Stufenversetzung verläuft der Burgers-Vektor immer senkrecht zur Versetzungslinie. Für die Verschiebung einer Versetzung ist also der Burgers-Vektor B verantwortlich. Diesem ist immer ein Tangential-Vektor T zugeordnet. Dieser steht immer orthogonal zum Burgers-Vektor B, ist jedoch in seiner Richtung flexibel. Durch diese Eigenschaft lässt sich sagen, dass das Skalarprodukt aus dem Vektor B und dem Vektor T 0 ergeben muss. Als nächstes beschäftigen wir uns nun mit der Schraubenversetzung. Die Schraubenversetzung kennzeichnet sich dadurch aus, dass der Burgers-Vektor parallel zur Versetzungslinie verläuft. Von oben betrachtet verlaufen die Atome aus den beiden Ebenen um eine bestimmte Ganghöhe B, schraubenförmig, nach unten. Auch hier lässt sich durch die Eigenschaft, dass Vektor B parallel zu dem Vektor T liegt, eine Formel aufstellen. Und zwar ergibt B, skalar multipliziert mit T, ein Maximum. Bei Schrauben- und Stufenversetzung handelt es sich um extreme Versetzungsarten. Im Allgemeinen jedoch haben Versetzungen einen gekrümmten Verlauf mit wechselnder Linienrichtung. Die daraus entstandene Versetzung hat dann einen gemischten Stufen-Schrauben-Charakter. Man nennt diese gemischte Versetzungen. Die Enden der Versetzungslinien bilden untereinander Knotenpunkte und sind stets verankert. Allerdings sind die Punktfehler keine Endpunkte von Versetzungslinien. Vielmehr kann man sich die Versetzungen als ein Netzwerk ähnlich einer Kletterspinne auf einem Kinderspielplatz vorstellen. Versetzungen sind Träger der plastischen Verformung. Hier gleiten Versetzungen schrittweise über eine Gleitebene. Versetzungen sind für das Verformungsverhalten vor allem metallischer Kristalle und damit für deren mechanische Eigenschaften von großer Bedeutung. Sie ermöglichen bei Metallen die plastische Verformung. Bewegt sich eine Versetzung durch ein Gitter, so werden schrittweise lokal vor der Versetzungslinie Bindungen geöffnet und dahinter geschlossen. Ein Kristall ohne eine Versetzung oder mit einer unbeweglichen Versetzung hat eine hohe Festigkeit. Sie verhält sich wegen der fehlenden Plastizität vollständig spröde. Versetzungen sind auf drei Ursprünge zurückzuführen. Zufällige Missorientierung beim Wachstum von Kristallen, Ausscheiden von überschüssigen Leerstellen und Abbau von Spannungen durch Bildung von Versetzungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich eindimensionale Gitterfehler in zwei Versetzungsarten aufteilen lassen. Stufenversetzungen und Schraubenversetzungen Versetzungen können als zusätzlich in das Gitter eingeschobene Halbebenen betrachtet werden. Bei der Stufenversetzung liegt der Burgers-Vektor orthogonal zu dem Tangentialvektor. Im Gegensatz dazu liegt der Burgers-Vektor bei der Schraubenversetzung parallel zum Tangentialvektor. Durch die somit entstandenen Spannungen entsteht ein Gleiten um einen Gitterabstand. In der Bewegung oder dem Wandern einer Versetzung durch ein Kristall hindurch liegt die Modellvorstellung für plastische Verformung begründet.